Los, fang mich! Mal schauen, wer von uns beiden schneller ist. Gleich hab ich dich. Du kriegst mich nicht. Oh, aah! Cheese, geht's dir gut? Ja, aber wie komm ich hier denn wieder raus? Es klappt nicht. Ich hole Hilfe. Ein Dinosaurier-Skelett. Ich muss es ins Museum bringen. Ich werde berühmt werden. Rubble! Ups. Marshall! Komm schnell mit. Wir müssen Chase retten. Geht klar. Beeilt euch. Es fällt immer mehr Sand in die Grube. Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Ich grabe einen Tunnel. Und ich mach den Sand nass, damit er nicht in die Grube rieselt. Und ich habe das Ding. Wir müssen aufzählen. Ich habe den Hund. Ich habe einen eigenen Und ich habe ihn mit dem Sand. Ich bin leder. Und ich habe ihn mit dir hingewiesen. Ich bin mit dem Schmerzt. Und ich habe ihn mit dem Schmerzt. Ich habe noch was gefunden. Rubble, kommst du gut voran? Marshall! Ich bin fast fertig. Freunde, beeilt euch! Oh je! Tschüss! Rubble, ich freue mich ja so dich zu sehen. Wir müssen uns beeilen. Der Tunnel kann jeden Moment einstürzen. Puh, wir sind durch. Und wie kommen wir hoch? Marshall, mach den Sand nass. Fertig, jetzt können wir hochklettern. Freunde, vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Rubble, ich muss dir was zeigen. Wow, eine antike Stadt. Das müssen wir einem Archäologen zeigen. Polly, los, komm! Nicht so schnell, Roy. Cool, eine Rutsche. Roy, schau mal. Ein Sandkasten. Supi Hey Oje, Miné, wir haben was vergessen Hä, was denn? Heute ist Ambers Geburtstag und wir haben kein Geschenk Machen wir ihr doch einen Kuchen Hier haben wir eine blaue, eine grüne und eine gelbe Form Lass uns die grüne nehmen Es klappt nicht Was machen wir denn jetzt? Hm, ach, ich hab ne Idee Hallo, kannst du uns bitte helfen? Aber klar doch Wow, super So So, und jetzt muss ich den Sand noch festdrücken Jetzt die Form umdrehen Oh, der Kuchen sieht schön aus Ja, darüber freut sich Ember sicher Wir sollten den Kuchen noch dekorieren Super Super Ember Ember Ui, Roy ruft nach mir Oh, was ist das denn? Alles Gute zum Geburtstag Was für eine tolle Überraschung Danke schön Danke, dass du uns geholfen hast Danke, dass du uns geholfen hast, Bulldozer Nichts zu danken Gern geschehen Und wann hast du Geburtstag? Schreib es uns in die Kommentare Vergiss nicht auf Like zu drücken Und Kinder Cartoons zu abonnieren Tschüss Hallo Scoop Wie wär's mit einem Rennen? Okay Im Sand zu fahren ist schwierig Lass uns eine Straße bauen Gute Idee Ich hole Bauklötze Gute Idee Gute Idee Gute Idee Untertitelung des ZDF, 2020 Scoop, du machst das wirklich gut! Die Straße ist toll geworden! Warte, Leo! Sie ist noch nicht fertig! Autsch! Scoop, hilf mir! Ich komme! Oje, jetzt stecke ich auch im Sand fest! Was machen wir denn jetzt? Hey, da kommen Baustellenfahrzeuge! Bitte helft uns hier raus! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dankeschön. Könnt ihr uns bitte noch nach Hause bringen? Cool. Wir fahren auf einem riesigen Laster. Wow, ein Sandkasten. Tayo, was könnten wir denn machen? Lass uns mit Sandförmchen spielen. Ich hole schnell welche. Hier, Tayo. Wow, das sind Kuchenförmchen. Lass uns eine Sandbäckerei machen. Wir brauchen noch mehr Sand. Ich hole die Baustellenfahrzeuge. Ich hole die Baustellenfahrzeuge. Ich hole ich unkuchen. Ich hole die Gäste. Jetzt haben wir genug Sand. Ich nehme das grüne Firmchen. Und ich mache das blaue. Hopp, hopp. Mal schauen, ob es geklappt hat. Wow, super. Jetzt will ich eine Torte machen. Ich mache einen Rührkuchen. Ui, ganz schön schwer. Hilf mir, Rogi. Und wo sollen wir die Kuchen und Torten hinstellen? Ich würde sagen, hier hin. Gute Idee. Ich bring den Kuchen. Oje, tut mir leid. Macht nichts. Wir machen einen neuen. Das sind aber viele Kuchen. Lass sie uns zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Kuchen. Super. Machen wir sie auf. 9-Jining. Kummer 1-Jining. 3-Jining. 4-Jining. 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 5-Jining. 4-Jining.